Jod ist ein essentielles Spurenelement, das für die Produktion von Schilddrüsenhormonen benötigt wird. Ein akuter Jodmangel kann zu verschiedenen gesundheitlichen Problemen führen. In diesem Video zeigen wir dir die Anzeichen eines akuten Jodmangels, die du nicht ignorieren solltest. Nummer 1 – Vergrößerte Schilddrüse Eine vergrößerte Schilddrüse ist eines der häufigsten Anzeichen eines Jodmangels. Die Schilddrüse versucht mehr Jod aufzunehmen, was zu einer Vergrößerung führt. Wenn du bemerkst, dass dein Hals geschwollen ist oder sich eine Wölbung bildet, solltest du einen Arzt aufsuchen. Nummer 2 – Müdigkeit und Schwäche Ein Mangel an Schilddrüsenhormonen, der durch Jodmangel verursacht wird, kann zu ständiger Müdigkeit und Schwäche führen. Wenn du trotz ausreichend Schlaf immer noch erschöpft bist, könnte ein Jodmangel die Ursache sein. Nummer 3 – Unregelmäßige Menstruation Ein Jodmangel kann zu Zyklusstörungen und unregelmäßigen Menstruationsblutungen führen, da Schilddrüsenhormone auch die Menstruation beeinflussen. Nummer 4 – Haarausfall und brüchige Nägel Ein Mangel an Schilddrüsenhormonen kann auch Haarausfall und brüchige Nägel verursachen. Wenn du feststellst, dass dein Haar dünner wird oder deine Nägel leichter brechen, könnte ein Jodmangel die Ursache sein. Nummer 5 – Gewichtszunahme Ein Jodmangel kann den Stoffwechsel verlangsamen, was zu einer unerklärlichen Gewichtszunahme führen kann. Wenn du trotz gesunder Ernährung und Bewegung an Gewicht zunimmst, solltest du einen Jodmangel in Betracht ziehen. Nummer 6 – Kälteempfindlichkeit Menschen mit Jodmangel haben oft eine erhöhte Kälteempfindlichkeit, da Schilddrüsenhormone die Körpertemperatur regulieren. Nummer 7 – Gedächtnisprobleme Ein Jodmangel kann zu Gedächtnisproblemen und Konzentrationsschwierigkeiten führen, da Schilddrüsenhormone auch das Gehirn beeinflussen. Nummer 8 – Trockene Haut Ein weiteres Symptom eines Jodmangels ist trockene, schuppige Haut, da Schilddrüsenhormone die Hautgesundheit beeinflussen. Wenn du eines oder mehrere dieser Symptome bemerkst, solltest du einen Arzt aufsuchen, um möglichen Jodmangel abzuklären. Eine ausreichende Jodzufuhr kann durch die Ernährung oder gegebenenfalls durch Nahrungsergänzungsmittel sichergestellt werden. Hast du schon einmal einen Jodmangel erlebt oder kennst jemanden, der betroffen war? Teil deine Erfahrungen und Tipps in den Kommentaren. Vergiss nicht, ein Abo dazulassen, die Glocke zu aktivieren und das Video zu teilen, damit auch andere diese wichtigen Informationen erhalten. Das war's für heute. Pass auf dich auf und achte auf deine Gesundheit. Bis zum nächsten Mal.